Das sportliche Fischer ProLine Tracking ist ideal für längere Touren auf normalen Straßen und leichtem Gelände wie zum Beispiel Wald- und Schotterwegen. Das als Herren- oder Damenversion erhältliche E-Bike verfügt über eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und ist daher auch für anspruchsvolle Touren bestens geeignet. Zur Ausstattung gehören 21-Gang-Shimano AC-Rakettenschaltung, 40 mm Federgabel für ermüdungsfreies, komfortables Fahren, ein winkelverstellbarer Alu-Vorbau für eine individuelle und bequeme Fahrhaltung, Original Shimano V-Brakes für perfekte Verzögerung aus jedem Geschwindigkeitsbereich, pannensichere Reifen, lichtstarke LED-Beleuchtung mit Standlicht und Nabendynamo, ein vorinstalliertes Abus-Rahmenschloss, eine gefederte Sattelstütze, der 250 Watt Hinterradmotor ist wartungsfrei und wird über das LCD 3 in 1 Display gesteuert, das außerdem die Funktion eines vollwertigen Fahrradcomputers bietet. Der Lithium-Ionen-Akku im Slimline-Gehäuse kann entweder direkt am Fahrrad oder nach Entnahme im Wohnraum innerhalb sechs Stunden geladen werden. Durch das integrierte Smart-Batterie-Management sind höchste Lebensdauer und Reichweiten garantiert. Der besondere Clou, ein USB-Anschluss zum Aufladen von Handys, die in der Smartphone-Tasche spritzgeschützt und permanent im Sichtfeld des Fahrers untergebracht werden können. Das Fischer ProLine Tracking E-Bike erhalten Sie mit 30 Jahren Garantie auf den Rahmen, 3 Jahren Garantie auf Ersatzteile und 12-Monaten-Garantie auf die Akkus. Diese Garantie kombinieren wir mit unserem Zuhause-Reparatur-Service. Sollte also doch einmal etwas nicht in Ordnung sein, wählen Sie einfach unsere kostenlose Service-Hotline. Dann kommen unsere Kundendienst-Monteure direkt zu Ihnen nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017